jo leute und da sind wir wieder zurück zu portal 2 und geht das wieder bei dir flash jo 30 fs weiß auch nicht komisch wir sollen hier lang ich glaube ich sollte mal wieder den zweiten pc anschließen wie soll mir lang weg nein mann ich will hier runter und spring doch so wer von uns beiden sind wohl blöd du bist fett du bist fett und hässlich du machst das portal dann weg habe ich nicht doch ich habe es gesehen wie hast du das weg gemacht aber du bist durchgegangen hast du ja hier was damit da da wir kommen wir müssen da lang nein mal der will eine cd einschieben wir müssen eine cd einschieben steht da hast du gemacht das steht für counten dann dahin jetzt mach counten hey ja jetzt ach du musst wahrscheinlich drücken dann was drücken hier bei 3 oder haben wir noch ein hebel ach hier kommen auf anderen seite mann sind wir doof wie dann 3 2 1 nein mann mach den counten dann das verwirrt mich bist du behindert oder was was war das denn ey müssen wir da irgendwas zwischen stellen war da irgendwas im raum da ich glaub nicht jetzt sind wir den fetten körper da weg warte kann man irgendwas hier aufheben oder ist das ein portal gewesen ist hier immer nur eine klub nein ok wir sind dumm ja ok mach mal countdown guck da ist die cd cool musst du hier reinschieben mann ich schieb dir die gleiche in deinen hintern in deinen komischen computerarsch die kommt da rein wir müssen uns ein porno angucken guck mal das ist ein roboter porno oh eins noch wenn ihr die teststrecken verlasst kann ich euch nur durch gewaltsame demontage zurückholen wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze toll ich halte das übrigens für einen mangel warum war die die hat uns in die luft gehackt warum also nicht dummes drecks ding ne teamaufbau finde ich lächerlich guck mal wie ich dich finde wenn wir ein problem haben machen wir einige test und schauen mal ach so jetzt müssen wir die anderen machen ach guck mal jetzt kommt noch mehr komm wir gehen mit zwei hallo guck mal warte mal warte mal warte mal warte doch warte doch warte doch man ich will das schnellste portal aller zeiten machen ok mach wenn wir durch lelelelele guck mal ich gibt sogar zweimal oh wie sieht das aus guck mal zur anderen seite gibt es mehrmals tschüss gibt es ja eigentlich noch mehr in dem anderen raum ach ne das ist ja ein ganz normal dass das ja mehrere levels ne können wir nochmal machen aber näh wohl 10 wieso iam weg da bin ich weg 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 was sind meine nicht rein oder in deine Ecke sagt du bist doch zu fett mit deinem Kugelkopf dein Körper ist nur ne guck mal ich guck dir mal deinen Körper an, der hat nur ein Auge ja und, deiner auch der hat wenigstens schöne Stelzen bist ein langer Luder nein doch guck mal wo deine Schultern sind ey ja guck mal wo deine hängen ja meine hängen wenigstens an den Ohren was für ein Selbstvertrauen spring mal rein wo da da unten rein spring und jetzt musst du mir mal ein Portal da setzen und hier unten du bist ein Wichser ey oh du Arsch ehrlich aber wir müssen eine Geste machen komm wie lachen die alter aus wisst ihr was mich zum lachen bringt der Gedanke, dass ihr damit aufführen könntet ne ne unlüssig äh so äh äh warte mal ich muss das gleiche machen ja du musst da oben hinfließen ich muss da hin du musst erstmal da hoch doch doch du musst da hoch und dann musst du zwei Portal auf den Boden setzen nein man ich muss da hinten hochfliegen kannst und was du dann rüber kommst Geronimo nein man du äh deins ist ja einfacher wir müssen hier oben nur eins hinsetzen wo da wo ich mein gelbes jetzt gesetzt habe ach warte mal ja dann warte mal ja ja nee geh durch geh durch nee geh doch jetzt an achso ich mach das nämlich so dann kannst du springen ich glaube das war richtiger mhm aber sowas vor ein Jackpot dann soll krach eine guck mal ich hab dein Zwillingsbruder da unten gefunden er ist er ja boah du könnt euch nicht vorstellen wie ermügend es ist jemanden dafür zu loben dass er einen sicherheitswürfel in einem behälter befördert der genau dafür vorgesehen ist hohe hier heißt jemand habe das unseres vielleicht abtransportiert werden können eng Nee, den hab ich gar nicht Nur ab und zu mal, wenn's zum Ende hingeht Dann deckt das ab und zu mal Ich hab das vorhin mal in einem Video Und dann geht das wieder Erschossen, erschlagen, ertrunken, verstampft Nix trinken Verzeihung, ich dachte nur gerade daran An was Menschen so sterben können Ihr könnt so nicht sterben Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen Mit perfekten Ergebnissen und Okay Okay Ah, hier, guck mal Da musst du durch Und dann muss man Warte mal Du musst die da setzen, oder nicht? Zack Dass du immer durchfällst Und im richtigen Timing muss ich das Portal Warte mal, nee, nee, nee Wo ist denn das eine Feld? Ich dachte, das ist schon richtig so Wie komm ich denn da rauf? Da musst du einfach rauf springen Und dann immer durchfallen Warte mal Ah nee, dann löschen sich ja meine Das ist schon, das ist richtig schon Ich geh doch da kaputt Guck mal, ich kann mich tausendfach sehen Ich bin egal Äh Sorry Äh Sorry Guck mal, warte mal Guck mal, meine Kamera jetzt Ich hasse dich War das nötig? War das nötig? Hast du dich gefragt? Ja, das war nötig Ups Der dreht sich da die ganze Zeit Ui Der dreht sich da die ganze Zeit Der dreht sich da die ganze Zeit Ui Der dreht sich da die ganze Zeit Ui So So Was mach ich jetzt mit dir da drüben, ha? Ja Ja Du hast es oft genug weh gemacht, also Ach so Ne, ich muss das selber jetzt mit dir machen? Ja Oh ne Geht nicht, ne Kannst kein Timing? Du musst das Roh nehmen Mann Ach klatsch dagegen Du Arsch Was? War das nötig? Das fragt sie gar nicht Weil es war nötig Anscheinend Ne Doch, sie hat nicht nachgefragt Ob das nötig war Ui Komm Auf Flieg und Sieg Erster Warte, wir machen eine Geste Nö Oh Hallo so